Tag 55 und 56 ohne GTA 6 Filiz. Ich wollte das Video ein bisschen aufwendiger verpacken. Ein paar lustige Sachen mit reinpacken. Aber die werdet ihr im Laufe der Tage sehen. Alles klar ich muss mein Handy jetzt aufladen. Ich hatte gestern eine lange Nacht und Alter. Ich bin einfach am Arsch. Ich bin nervös wie mein Auto aussieht. Alles klar.